Weit oben in schwindelerregender Höhe, da ist Ihr Arbeitsplatz, die Höhenretter der Feuerwehr. Wenn die Leiter nicht mehr reicht, kommen sie zum Einsatz. Wie gefährlich der Job wirklich ist und wie die Retter den Ernstfall proben, heute bei Das Thema, Deinen exklusiven YouTube-News der hessenschau. 154 Meter, hier üben die Höhenretter der Feuerwehr die Bergung eines Fensterputzers in beängstigender Höhe. Denn in der Skyline-Metropole sind solche Fälle nicht selten Realität. Der Fensterputzer hat auch einen Gurt an, so wie ich. Dementsprechend kann ich ihn dann bei mir mit einbinden. Hätte er jetzt keinen Gurt an, gibt es bei uns noch so eine Rettungswindel. Die werden dann quasi dem zu retten umgelegt, wie so eine große Pampers. Die Übung findet unter realistischen Bedingungen statt. So, Retter ist im Seil. Devin, du bist soweit? Ich bin soweit, Abfahrt. Langsam ablassen. Unten wartet jemand, dass endlich Hilfe kommt. 10 Meter. Und Stopp. Was passiert? Die Konten fährt nicht mehr. Es ist schon windig hier. Der Wind ist der größte Feind bei solchen Einsätzen. So, ich binde jetzt mal ein in mein System. Es ist schwer, dass Arbeitsbedingungen auch hier ganz hinkriegen. Dafür sind wir ja da. So. Die Einsatzkräfte müssen Ruhe und Sicherheit vermitteln, auch bei panischen Personen. In der Regel sind bei der Höhenrettung fast ausschließlich Rettungsassistenten. Das heißt, wir haben alle eine medizinische Ausbildung. Natürlich bei dem Herzstillstand ist es relativ schwierig. Also Reanimation im Seil ist nicht möglich. 20 Minuten nach Eintreffen haben Retter und Fensterputzer wieder festen Boden unter den Füßen. Aber sie müssen nicht nur nach oben, sondern manchmal auch in die Tiefe. Eine Person ist in einen Aufzugsschacht gefallen. Und jetzt muss es schnell gehen bei den Höhenrettern aus Kassel und Nordheim. Bei der Rettung muss jeder Handgriff sitzen, auch wenn es sich hierbei nur um eine Übung handelt. Es ist also, wenn wir hier die Schachttür öffnen, von oben erreichbar und muss auch entsprechend nach oben raus gerettet werden. Der Schacht ist so tief, dass die Feuerwehr mit der Leiter nicht mehr an den Mann herankommt. Am wichtigsten ist immer der eigene Schutz. Damit die Retter nicht später selbst gerettet werden müssen, sichern sie sich am Treppenhausgeländer. Der zweite Schritt wird dann die Rettung aufgebaut. Dann ein System, womit wir ihn nach oben retten können. Nur so kann der rund 80 Kilogramm schwere Patient aus 6 Metern Tiefe sicher nach oben gebracht werden. Die Entscheidung ist, ist es ein zeitlich kritischer oder unkritischer Patient. Und wie können wir am schnellsten Maßnahmen ergreifen, um ihn zu retten und dann in das nächstgelegene Krankenhaus zu befördern. Die Höhenretter aus Hessen und Niedersachsen üben den Ernstfall 14 Stockwerke über der Erde. Sie müssen einen Arbeiter aus einer Gondel retten. Und das bei starkem Wind. Jede falsche Bewegung, jeder falsche Handgriff könnte im Ernstfall tödlich enden. Aufgabe heute, Leben retten. Also es geht nicht, dass wir einen schlechten Tag haben. Wir müssen wach sein. Ich sage mal, ab 2 Meter zur Kante beginnt der absturzgefährdenden Bereich. Wir sind hier auf knapp 60 Meter. Unten der muss sehr ruhig bleiben, hier oben hochkonzentriert. Außeneinsätze wie diese lassen sich zwar üben, doch jede reale Situation ist unterschiedlich. Und das hier ist keine Übung. 2 Arbeiter müssen aus über 120 Metern Höhe in Frankfurt gerettet werden. Ihre Gondel kann nicht mehr bewegt werden. Die Seile, an denen sie hängt, haben sich aus den Sicherungsschienen gelöst. Die Höhenrettung kann die Arbeiter nach rund einer Stunde befreien. Sie bleiben zwar unverletzt, doch einer der Männer muss wegen Kreislaufproblemen medizinisch betreut werden. Deshalb weiß die Höhenrettung der Feuerwehr, kein Schritt darf unbedacht sein. Zusammenarbeit ist lebenswichtig. Man muss sich auf den anderen verlassen können. Eine gute Teamfähigkeit. Wir sind nur 5 Mann. Hier ist wenig Zeit, dass jeder auf jeden noch groß achten kann. Mit 2 Seilen gesichert schweben Höhenretter und der Arbeiter sicher nach oben. Übung für den Ernstfall, denn in solchen Höhen sollte nichts dem Zufall überlassen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut euch doch auch das Video von der Grubenwehr an.